Hallo und Willkommen zurück zu Inuyasha. Wir sind jetzt das letzte Mal, haben wir dieses komische Fest noch besucht. Das war so ein kleines Side-Event und jetzt befinden wir uns hier in Ayamere Village, wo unsere Reise weitergehen soll. Ah, der Arme muss dann auch noch näher ran. Tut mir irgendwie voll leid. Ist nicht immer gut, so eine, naja, sensible Nase zu haben. Ah, jetzt kann ich mal gucken, dass ich diesen ganzen unnötigen Kram hier irgendwie verkaufe oder irgendwie loswerde. As stinky as it is, it's very nutrition. You guys want to take one with you? Uh, not today, thanks. That's too bad. Tut mir leid. Was der Ärmste. It must be tough having such a strong sense of smell, huh, Inuyasha? Oh, der Ärmste tut mir voll leid. Ah, hier ist so ein Shop. Sehr gut. What are these? Lark straw sandals? It can't be. Hey, Traveler, you've got a good eye to pick that out of everything. A good eye? What does that mean? Is this guy trying to pick a fight? No, the thing he chose well. Oh, these big shoes? They're called snowshoes. With these shoes, no matter how much snow there is, you can walk without sinking. I learned about them in school. How about it? You want them, don't you? If you buy them now, I'll give you a good deal. We don't need them. It doesn't even snow around here. See, I told you not to buy those from the peddler. They're just in the way now. I'm no good at this. I kind of feel sorry for her. Do you all know where you're going to stay tonight? There aren't any more inns past here. If you need a place to stay, you can stay at our inn. It's not much, but you're very welcome. Ich bin dafür, dass wir hier rasten. You stay? Then come this way. It's this way. Make yourselves comfortable. Diese Chance sollten wir nutzen. Juhu. Natürlich wie immer mit Inuyasha. Das war eine Frage. Hm. Why are you looking at me like that, Kagome? Let's go cool off, by the way. Me too. It's been a while, so I think I'll go collect chestnuts. I'll go with you. Hey, let's go. Wie immer sehr begeistert. Ay, ay, ay. Hey. What? Let's rest for a bit. I didn't sleep well last night. What a big yawn. Okay. Let's go rest by that tree. Ah. Ah. Ich liebe diese Events, die sind so süß. Hey, Inuyasha. Hey, move over, Inuyasha. You're heavy. What? Is he asleep already? It's finally just the two of us. And he looks so relaxed. I look stupid sitting here all nervous. Oh man, ist das gemein. Oh man, ist das gemein. Oh man, ist das gemein. Ah, das ist so süß. Kyoko had a fun time with Inuyasha. Kyoko gained a stronger friendship with Inuyasha. Ich finde diese Events immer so süß. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag diesen Charakter einfach so unglaublich gerne in dem Spiel. Das ist einfach der Hammer. Ich finde die zwei, sie passt viel besser zu Inuyasha als Kagumo oder so. Aber naja, was soll man machen? Ähm, ich will shoppen. Kann ich da nicht irgendwie was verkaufen? Das würde mich mal interessieren. Aber okay, was haben wir denn alles? Spirit, Infant, Power, Rise, Re-Angle, Peer, Scanner. Only Females? Only Males? Ich muss eh mal gucken. Was haben wir denn so alles? So ein Equipment, was man jetzt ausrüsten kann noch. Ah, wir haben noch ein paar Sachen gefunden. Aber jetzt muss ich jetzt mal gucken, wer von denen überhaupt schon was hat. Sie hat was. Ah, sie auch. Er hat was. Ah, Mirokka hat noch nichts. Okay. Attack Power. Defend against fire and gas attacks when equipment only humans can. Okay. Protects from technicians and lower abilities when equipment. Okay. Okay. Ah, das hier ist für Shippo besser. Damit dem seine Attacken ein bisschen stärker werden. Was ist das? Ähm, okay. Mirokka kriegt's. Das hier. Und, ähm. Ja, das hier. Nee, Wanda. Achso, jetzt muss ich erstmal eins runtergehen, um das andere ausrüsten zu können. Supi. Äh, Items. Ja, egal. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch so alles da kaufen kann. Ich muss mich ja auch so ein bisschen eindecken. Wicover's HP. Okay. Aha. Defense Power Rises Seven Van Equipment. Ah. Das kostet 4.480 Euro. Und ich hab 27.000 Euro. Ah. Weiß ich noch nicht. Also, benötigen tue ich es jetzt eigentlich nicht unbedingt, würde ich behaupten. Daher passt das schon. Okay. Hier schweben keine Wolken, deswegen vermutlich mal stark kann ich hier auch nicht angegriffen werden von irgendwelchen Dämonen oder so. Von daher passt das. Hey, woher gehst du denn? Schaut, es wäre cool, da jetzt lang zu gehen, aber das kommt ja später noch. Hihi. Koga. Aber ich mag Koga. Ich weiß nicht, ich finde ihn toll, aber irgendwie ist er auch manchmal ein bisschen doof, ein bisschen nervt er mich, aber okay. Egal. Ah, Mist, jetzt bin ich dran vorbeigerannt, aber ich sollte das alles aufheben, wenn es jetzt schon direkt vor meiner Nase liegt. Das könnte später vielleicht von Nützen sein. Meine Fresse ist ja eine wahre Fundprobe hier. Schaut, was ich gefunden habe. Da hinten liegt noch was. Was sind diese Dinge? Wolf-Dämonen. Ist das deine erste Mal, sie zu treffen? Ja. Was bedeutet das erste Mal? Wie kannst du schäuern? Du denkst, dass du was du gemacht hast, und ich will nur vergessen? Was? Aber ich habe nie mit dir vorher kennengelernt. Nicht schäuern, dass nichts passiert. Ich werde nie vergessen. Ich werde nie vergessen. Es ist Zeit, um zu retten zu retten, um meine Freunde jeden Tag zu retten. Ergäuern? Ich habe nie etwas wie das. Warte, Koga. Dieser Kind hat mit uns immer mit uns das ganze Zeit. Ich werde nicht berühren. Ich werde sich regionschossig sein. Jesus. Das ist wirklich von dir! Das ist von dir wirklich! Ja! Ja! Verdammt! Du schaffst nicht! Ich wirklich nicht weiß dich! Bitte! Hör mir! Hör mir! Ich werde dich töten! Ich werde dich töten! Koga! Hör mir! Nein, egal was du sagen! Ich kann dich nicht hören! Bis wir können dir, dass dieser Mann nicht verletzt ist, ich bin dein Bestand. Kogome? Kogome? Kogome! Kogome! Du... Du... Alright! Es ist entscheidend! Everyone! Retreat! Und weg sind sie! Oh, Kogome! Dammit! Wait! Goodbye, mutt! You can turn and run now! Kogome! Kogome! We need to go after them! Die kann er von mir aus eigentlich behalten! Then what's the use of her becoming a hostage? Yes, I know, but... First we should search the forest. According to Koga, they're being attacked every day. We may be able to find some clues. Na dann, suchen wir mal. Look what I found! Ich vergesse eigentlich auch immer genau hier, was ich da jetzt zu tun hab. Muss ich gleich mal gucken. Hm. Uh... Is that a wolf demon? Why is he on the ground? Be careful! It could be a trick! Hm, he's injured in his lost consciousness. I guess we can't just leave him here. Yes. We should at least try to mend his wounds. We should at least try to mend his wounds.